hallöchen leute willkommen zurück auf csco case.com heute mal wieder knappe 2,70 euro drauf gehauen damit man wieder bekommen das heißt aber heute will ich nicht nach dem letzten sleeperunglück habe ich kein bock auf nicht mehr oder wie ich bin ich hier schön an den slot ich habe keine zahlen rausgesucht würde ich noch machen ich würde sagen 1 210 ein bisschen ja die kriegen sogar aber ich bin fast wieder profit gemacht jeder ist doch cool guter starten für die augen aber also das wort ist unter starten das ist ein 1a start habe hingelegt ich habe schon wieder profit vielleicht doch ein wir haben hier gut schonten wir hätten mal 10 markt und jetzt macht die klima nicht logisch zu teuer äh nein Schade. Na gut, machen wir mal andere Zahlen. Ich möchte mal kurz in den Markt gucken, was wir da so haben. Ich möchte mal sagen, wir machen hier das 4000. Genau. Ich weiß auch, ob das so die Range, die man so kriegen kann. Fees kriegen oder so nix. Sowieso nix. Wir suchen mal hier, was so ein 2$ Bereich ist. So man so kriegen kann. Es gibt doch viel, ne? Ja gut, ne? Wir gehen weiter. Helfe, unser Guthamts ist schon weg. 201. Mann, was ist doch diese scheiß Warnung weg hier? Nervt's nur. Was ist das? Die kriegen wir hier nicht. Warum auch? Braucht man ja nicht. Ich spiele hier nur, um mein Geld zu verlieren. 235. Komm. Mal eins. Na gut, guck mal mal spielen. Ich nehme es hier heute mal ganz früh am Morgen auf, damit ich heute es auch schaffe, eine Folge pünktlich hochzuladen. Die kriegen wir nicht. Ich nehme mich nix. Wieso? Ich bin doch, glaub ich bin ich nur. 1, 9, 8. Naja. Kriegen wir nicht. Ich glaub ich kriege hier nichts mehr raus. Ich hab noch 4 Spins. Ich mach einfach mal 4 Spins hier mit. 4, 200. Okay. Wir kriegen hier nichts mehr raus. Okay. Die Leute hat gesagt, du siehst doch was. Das fiel nicht gut. Das fiel nicht gut. Das fiel nicht gut. Das ist nicht toll. Das kriegen wir nämlich nicht. Ja und wir können jetzt hier in Ruhe noch den Rest verlieren, weil ich hab jetzt hier gut Profit gemacht, ne? Und Schiss. Pippen. Wie man die noch macht. Komm komm komm. Komm komm komm. Oh, gib hier. Gib hier. Gib hier. Gib. Ja, okay, dann eh nicht. Na gut. Ach, schade. Wenn mir ihr freut. Also. Wir haben 5 Cent hurts gemacht. Das finde ich doch gut. Ich glaube, ich finde es auch gut, weil ich finde es gut. Aber jetzt, ich glaube, ich würde es euch alles verkaufen und noch eine Folge aufnehmen. ich würde sagen wir beenden die folge ich hoffe euch hat es gefallen, Like und Abo wäre sofort, folgt sich auf Twitter für alle Infos, unter meinem Kanal, und um mich. Tschüss und tschau.